Du bist abenteuerlustig und brauchst immer wieder neue Herausforderungen. Du bist das Offenfeld-Profi werden. Hast du eine Fachhochschule oder der ETH-Abschluss schon in der Tasche? Gute Jobs gibt es nur mit Berufserfahrung. Schwierig als Hochschulabsolvent. Du weisst noch nicht, du bist die jubelere Firma. Du kennst dein bevorzugtes Arbeitsklima neu. Komm mal du, 2 und 1! So kannst du viele Firmen kennenlernen und einfach in die Welt versuch zur Entwicklung eintauchen. Du lernst, wie man eine App, eine Maschinensteuerung oder Web-Applikation entwickelt. Du profitierst von einem riesigen Netzwerk. Einmal im Monat haben wir Workshops für alle M&F-Trainees. Ausserdem stimmt es auch mit der Kohle. Und am Schluss kannst du dort bleiben, wo es dir am meisten gefällt. Das ist eine Mannschaft. Wir machen einmal etwas hin relating zu müssen – das Lernst, die Mannschaft mitge